So was klappt freunde und weiter geht es nachdem wir wirklich auf einer sehr geilen map waren auf mit der referenz von street weiter Ich bin ein bisschen weiter gelaufen ich habe die röhre unten rechts genommen jetzt sind wir wo sind wir eigentlich hier Ah hier irgendwo nirgendwo Freunde erstmal in den letzten drei parts hat irgendwie mein mikrofon nicht ganz mitgemacht sorry dafür entweder wurde dieses mikrofon benutzt oder Es normaler hat einfach ein bisschen übersteuert oder kein bock gehabt keine ahnung jetzt sollte aber alles funktionieren wie immer sorry dafür Anyway weiter geht's die frage ist weiter geht es aber wohin Wir haben da oben links ja da können wir hin und da wollen wir auch hin Stimmt das habe ich total vergessen da können wir hin und da wollen wir auch auf jeden fall hin Dann bin ich gespannt was da abgeht ohne spaß wo wir da hinkommen und Ey bei diesen dungeons manche level die escalen halt komplett ne Jetzt bin ich echt gespannt wie das da verlaufen wird aber wir haben immer noch keinen busfahrer Oder haben wir einen schauen wir mal Vielleicht haben wir ja irgendwo einen benutzt An sich müssen wir am anfang mehr oder weniger Mehr oder weniger viele geister vielleicht einfach zu besiegen damit wir eben für sowas wahrscheinlich die geister haben Oder auch nicht Naja Ja jetzt guck mal was hier abgeht die dungeon sind geil ohne spaß Okay das ist Interessante musik ich frage mich jetzt Also das sieht nicht so aus als wir da mehr als das was sie gerade sehen Aber wie bekommen wir hier haben wir schon pit freigeschaltet wenn nicht könnte vielleicht auch dark pit da sein weil dark pit ist ja der echo kämpfer Genau Zack Oh ok die wissen bescheid Aber wir sind by the way mit Link unterwegs Ah was ist das unverwundbar alles klar Okay cheaten wir heute auch oder was Was die spam ja nur Ja geh Zelda sag mal ich bin's Link Zelda ich bin's Link Mach langsam Oh 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 Zelda was ist los mit dir ich bin's Dark Link Zelda meine Liebe ich will dich doch nicht dachten Oh Keiner weiß Ok perfekter Reflektor Whatever whatever Ähm Ja Schauen wir mal wie Zeit hier geht jetzt Ich bin echt spannend wer da oben ist weil Es sieht nicht so aus als würde es hier mehr geben Oh Wer sind denn sie Oh ne oh ne Auf der Auf der Auf der Legend of Zelda Map Eine der legendären Maps Genau die Map Entfestelte Magie Süfer Ideel Palutena Ahh Vielleicht können wir auch hier Palutena befreien Kann das sein Sieht ihm so aus Naja schauen wir mal Ey Oh Apollos gedacht Am auch am smashen mein Boy Oh Mein Gott bleib mal stehen Madame Was Was ist los Oh Oh Gott Palutena Palutena Ah 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 Ahm Ryo 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 Oh Ryo 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 habe ich lange nicht mehr gespielt Boah Shit das wird jetzt was Was? Das macht es an Puka! Nein Du 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 duHu Du 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 ddddddddismo vorhin du du B posthane Sukolatsu Dota Ich sag jetzt, ich äh macht seine speziales mensch ist nicht mit weh weil wenn man sie wieder kommen machten sie stärker ich habe damals lang trainiert ein bisschen kann ist so gut aber auch nicht ehrlich hoch b mach ich hoch also hoch b mit den dinger zu machen mit der tassenkomponente ein bisschen schwer nein ja black hole ja wo leben wir hier ich muss noch eine frische was junge jetzt hör mal auf mit sowas es kann es doch nicht sein dass du so lang gegen die zu gewinnen ja jetzt was los nein unglaublich echt nein es gibt immer ein zwei gegner die sind so nervig ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht das macht man oh oh nice sisu get out ja 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 da war ja was mit dem gift ich bin wenn es dort wird wenn da oben ist was oh dann wäre es auch gar mit ich habe nämlich dafür total vergessen dafür dass du auch als echt bekommst oder chrome soll krank sein weil er doch die oben b von 1 oder es ist aggressiv okay ja einfach einfach Luka! Nice! Jetzt, er ist da. Oh, wo geht's hier? Okay. Simon! Keiner kennt den Spaß Castlevania, aber Castlevania habe ich noch nie gespielt, das habe ich noch nie erlebt. Aber Simon soll gut sein, ohne Spaß. Er soll wirklich nicht schlecht sein vor seinem Moveset her. Oh, der Dodges. Oh. 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 Oh, okay. Oh. 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 Die Musik gewinnt aber. Ausdauer Smash! Pit! Oh ne, Bayonetta Stage. Oh je, Ausdauer Smash... ...ist immer Ding ganz gut, hab ich's Gefühl. Bowser. Ja, ja. Wobei der eine auch schon verkehrt gleich. Was jetzt, ne? Das ist gar so viel. Oh mein Gott, das war geil. Das war geil. Ah, es war geil. Dies war geil! Genau dies. Wind man. Vorner Schatztruhe ist immer ein... Sturm. Wie denn? Wind man. Die ignorieren den Sturm, whatever. O.o. Außer Smash wieder okay. Ich geb dir nicht mal Zeit zum outen, dann ja. Nein! NEEEEEEEEEEEEEEEEEIN! Das war mein eigener Fehler Let's go Hey Sokodats Nein Ey, das wird bestimmt Gegenüber uns wird bestimmt schwer sein Ich habe es gerade noch so gemerkt, dass mein Mike den Geist aufgegeben hat Keine Ahnung, was die letzten Tage am Mikrofon passiert Aber hey, junger Mann, ich sag's dir Kraftig Ich habe es gerade noch so gemerkt Ich bin in den Kampf in den Lokal rein und hab Ja, wir haben gerade erst angefangen Aber ist, ey, junger, keine Ahnung Und Spaß Und einfach Probleme Und einfach Oho, Violott Oh, super Oh 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 falsche richtung rio rio falsche richtung dieser rio keiner was macht er wir lassen mal deinen leder schwer Oh, geschieht da schlecht. Oh, Stahlos. Olle. Jetzt haben wir ausgedrabt. Oh, ich bin da hinten! Ich dachte die ganze Zeit, ich wäre in der Mitte. Es gibt es doch nicht. Kein Sinn. Ich war einfach da hinten die ganze Zeit. Oh, Jemine. Hä? Ich denke, ein anderer Kämpfer wäre auf jeden Fall von Vorteil. Aber ich würde gerne einfach mit Ryu spielen. oder wo ist es gering? Oh. Wooo. Oha. 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 Nein, Ryu, was soll denn das da mal, schwing dich mal an, du bist doch Streetfighter, hey! Dieser Ryu, was macht der? Hä? Eww. Nein, scheiß Stuckhunt. Junge, raf dich mal, wie trägst du Stuckhunt, Junge, wie nervig ist der? Halt mal die Fresse, bitte. Zajoshi hat, äh, was nervst du? Correct. Nein! Oh mein Gott. Dieser Scheiß Joshi ist eine, so eine Nervenserie. Guck mal, ich hasse Joshi, Alter. Warte mal auf, wir kriegen Nerven, bitte. Okay, jetzt haben wir uns aber korrekt, sehr schön. Oh mein Gott, das war schon ein bisschen nervig, Freunde. Aber lasst uns noch Schatz holen, und dann für diese Partie Schluss machen, war, ist so einfach ein Bait. Was? Ist so einfach ein Bait? Ich dachte, da geht's weiter. Jedenfalls lasst uns trotzdem für die Schluss machen, Freunde. Denn wegen dem ganzen Zettel und so, was ist denn da los? Mit dem Mike, du musst das Ganze mir anschauen. Und dann, hoffe ich, sehen wir uns dann im nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann, Freunde. Peace. Bis dann, Freunde.